Yo Leute, was geht? Ich habe mir überlegt, jetzt kommt mal jeden Mittwoch so ein kleiner Vlog. Ihr fragt mich ja immer natürlich nach so einem Uploadplan. Ich habe jetzt mir so zum Uploadplan gemacht. Jeden Freitag kommt einmal Daisy, äh nicht Standalone, da kommt einmal Daisy Mod. Und heute, also Mittwochs, wird jetzt jeden Mittwoch so ein schönes kleines Vlog kommen. Ich weiß nicht mal, bin ich mal hier wieder mit meinem Hund Gassi. Da ist die kleine Mila. Joa, da ist die kleine. Also mal ist es die kleine Mila, mal weiß ich nicht. Aber schauen, was ich mache, was ich sonst so mache. Ich werde mir was einfallen lassen. Ich nehme die beiden mit so einem Handy auf, also iPhone, deswegen, seit wegen der Qualität nicht so abgestellt. Wir haben einmal die Gegenkammer, in der ich Gasse gehe. Falls jemand die kennt, schönes Wetter heute, schönes Wetter heute. Und heute werde ich mal was erzählen zum Thema, was haben wir heute für ein Thema? Wir haben heute Thema H1Z1. Und zwar, ich habe schon im letzten Daisy Standalone Video angesprochen. Ich werde auch hier nochmal so einen Link unten in die Beschreibung packen. Das ist ein Spiel, was meiner Meinung nach Daisy ablösen kann. Das ist ein Survival-Zombie-Shooter mit, ja, sieht sehr gut aus. Alles das, was die Standalone versprochen hat, das sollte H1Z1 haben. Soll ich mal eben gucken. Mila! Hat die was gefunden. Mila, komm her! Komm! Guck mal, da kommt die angelaufen, die kleine. Ja, Bitch. Na ja, okay. Auf jeden Fall. H1Z1. Meiner Meinung nach, bisher hat man zwei, drei Videos gesehen und ich glaube einen Livestream gab es schon. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Es ist 20 US-Dollar, kostet das, glaube ich, im Alpha-Stadion und später wird es kostenlos. Ist von den Machern von Planet 2 2. Kann man sich auf jeden Fall gönnen, die 20 Euro oder 20 US-Dollar. Also nicht mal 20, ich denke 17, 16 Euro sind das. Ich werde es mir holen, ja. Und ich kann es euch nur empfehlen. Also ich werde auf jeden Fall Videos davon machen. Ich werde es auch Livestreamen. Ich werde es tot Livestreamen. Ich werde es jeden Tag Livestreamen, denke ich. Und ihr werdet es dann sehen können auf meinem Kanal. Deswegen sage ich, Leute. Hä? Nein, Spaß beiseite. Jo, Leute. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen oder diese Vlog-mäßige. Was haltet ihr davon? Soll ich das öfters bedingen? Oder ist das jetzt nur einmal cool gewesen und das war es? Also jetzt nicht mehr so cool? Sag mir Bescheid. Würde mich auf jeden Fall freuen. Mila wird es auch freuen. Mila, komm her. Komm her. Sag mal Hallo. Kleine Süße. Ja, du stinkst. Leute, haut raus. Untertitelung des ZDF, 2020